nächstes mal nächstes mal habe ich drei meter bevor ich vergesse chat wir nehmen direkt auf für das let's play wir erleichtern uns die arbeit irgendwo zumindest wir versuchen es also von daher wundert euch nicht wenn er so dumme sprüche wie kommen wie tschüss und bis zum nächsten mal das ist normal wie funktioniert das denn jetzt mit diesen komischen fischen hier ich war da mal ein bisschen wald roden ich könnte hilfe gebrauchen weil während ich für schütze werde ich quasi alter da kommen war okay achte ich mache mir mal morgen die vor komm komm ja ich hab dich schon gekommen ja 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 mama ist doch dafür die hier alles was mich doch nicht an bist du doof ich habe keine ahnung wie das funktioniert 24 ihr habt es gesehen er ist kackendreiß im wasser stehen geblieben du hast gesagt ich soll angeln also eigentlich am haken am haken habe ich jetzt fisch gekriegt oder habe ich keinen gekriegt ich habe keinen gekriegt was aber schon geschieht der recht 24 meter komme ja da war dann noch einer da der ist wichtiger da hinten hans blau auge rotauge komme ja ja komm 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 ja komm ja ja also ich glaube ich nehme die kraft von eiktür wieder du hast pilz hast du und wie geht das jetzt mit dem fisch fisch entkommen alter ich muss erstmal lesen wie das geht hgp ja ich probiere mein glück noch mal da liegen da es regnet bewegt dich nicht bewegt dich nicht bewegt dich nicht ich möchte diese möbel haben bin zu blöd über einen baumstamm zu schließen brauchst du federn die habe ich in der tasche ja dann gibst du mir noch dann mache ich feile ja ich habe da schon 200 warum hast du 200 und nicht nur 77 ich brauche ich brauche federn wo bist du hier ähm sag mal bist du doof was ist denn bei dir verkehrt dass du dich hinten anschließt und mich anrotzt was ist denn verkehrt hä die federn liegen da hier da irgendwo da hier irgendwo liegen die oder hast du die schon ich habe jetzt zehn das dürfte also ich dürfte sie haben ja ja dann müsstest du 100 feile da ist kein harz mehr da ist kein harz mehr haben kein harz mehr will die möbel mich verarschen ich muss ich jetzt echt bis nach hause fliegen ja komm her harz habe ich auch noch jetzt bin ich schon unterwegs hier ist ja gewitter hier ist ja richtig was los hier wir müssen einen sumpf rein ja hatten wir ja schon seit 30 jahren vor aber du gehst ja nie du willst ja immer angeln läuft heute wieder 26 meter also wenn da kein hai kommt dann weiß ich es auch nicht zeig dir die an ob dann fisch kommt also du kriegst dann am haken angezeigt am hake aha aber ich habe keine ahnung wie man ihn dann kriegt mit linke maustaste auf jeden fall schon mal nicht ja die fische schwimmen hier auch mit der flosse aus dem wasser also da sind ganz besondere fische sind dort ja die oh ja die oh die sind sehr geil die fische aber wie viel kühle hast du denn schon verbraten ich habe versucht darf ich das jetzt auch nicht mehr nein so wieder hoch ab durchs portal muss ja mit der rechten maustaste damit sie sich bin wieder dran aber ja ja das hast du selber gesagt ja ich dachte ja auch und ich habe damit recht schön da war ich da drüben hätte ich eigentlich mir wiederholen können aber ja hätte hätte fahrrad kette richtig so tag war schon wieder aber ist gerade stürmisch wollen wir nach sumpf suchen was willst du von mir ja warte lass mich nur die angel und den köder weg packen dann werden wir nie hinkriegen hier schnur gerissen ok was habe ich denn hier alles in der tasche da braucht doch keine sau braucht das hier da steht ein troll ja sag hallo sag hallo troll und lassen brennen im regen besonders gut er geht ins wasser er kann drüber dann muss er baden brauchst du hilfe moment noch geht es was noch lange nicht heißt was noch lange nicht heißt dass ich ihm helfen würde der hat aber eine lange rolle alter hilft uns wieder beim fällen tut er auf jeden fall er mir jetzt erstmal eingegeben hier schon wieder ja aber er war halb so bild gut 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 los verdammt keine ausdauer ich auch nicht der wirft mit zahnstochern also bitteschön gern gemacht jetzt habe ich ihn gerade aus dem hintern geguckt ich habe einen troll kopf weiß was das schön ist hier ist direkt ein dungeon ja läuft grabkammer ja passt ja schon äh einmal zweimal nein so ich habe keine fackeln ich habe keine doch da oh guck mal hier ist ein so linkern äh du rechte tür ich linke tür ich gehe hier rein ja ich gehe hier rein ist da ist nichts okay hallo hallo haben wir denn hier ist wieder hier ja ein habe ich auch schon haus oder so läuft kehrt mal rein hier auch hier geht es runter ist auch nichts ich sehe dich warum sehe ich dich hier drin okay jetzt machst du mir angst da ist eine tür was ist denn hinter dieser tür ich habe ein ruby gehabt doch ein skelett hatte ich schon okay ich habe das nest gefunden herrlich hau mal platt ja gleich erst mal schön pilz einsammeln hallo meine freunde wie jede stehen sein für den schritt da ist wieder ein kern interessantes ding hier wegweiser der uralte ja da waren wir doch gerade schon dankeschön vor allem drei meter davon entfernt weißt du ja auch so geil den immer mit den immer mit den ich habe ihn hier in dem bereich ein skelett gehabt ist das sind auch die boden auch so da unten hilfe ich bin fertig glaube ich irgendwie ist das hier auch da sind noch ein paar knöchelchen da war ich da ist nichts da ist auch nichts ich komme zu dir rüber aber ist leer ich sage mir jetzt noch die pilze ein dann war es das da irgendwas interessantes in der truhe oder ist die schon die 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 hallo ich bin messi die ist die ist schon so leer gelutscht da geht es runter ja da war ich ja aber da ist nichts da ist nichts ich bin draußen ich komme nach faszinierend ein bisschen war ja aber wir haben zumindest wieder rubine wir haben bernstein wir haben gold also der händler der freut sich ne so wo geht das hier lang zum sumpf also ich wir können auch das eine haus dann nehmen was ich vorhin da kurz im augenschein hatte ja also wir gehen mal in die richtung oder wird das war nicht schön ne das wetter ist ein bisschen bäh ja da ist das haus da siehst du guckst du guckst du aber ich glaube da kommen wir im moment jetzt gerade nicht hin warum nicht sehr starker wellengang keine ausdauer oh fuck keine ausdauer ich habe auch keine ach du schau ja ja ich werde ich werde elendig ersaufen ach du hast ja noch genug aber mach man das anders da mach man das nicht von da kürzen ja doch gut erkannt ich habe zehn gefunden ich habe zehn gefunden hast du schon mal gesagt ja hier ist die ganze inter lisa hier irgendwie mach mal insel springen also ich weiß nicht nicht der ozean er könnte sich auch mal ein bisschen beruhigen jetzt also da ist er schon da drüben ich glaube ja nicht ich finde wir haben freundlich genug guten tag gesagt ja finde ich wohl auch ne okay du hast die blaue bären schon weggenommen äh äh wie willst du wie willst du da reinkommen äh und wer sagt denn dass du dich ja hinsetzen sollst ja ich bin drin okay hat sich erledigt ich bin drin ja ich bin auch drin das ist dein problem dass ich nicht hochkomme ich habe mir das gold genommen ich habe mir das gold genommen ich habe mir das gold genommen nix kiste doch unten war kiste wir kriegen besuch ist das dein ernst ich komme hier nicht raus hallo hey mein freund mein freund komm her können wir dann gleich wieder turmspringen machen ja können wir aber erstaunlich finde ich dass er hier rüber kommt ja ich finde es hier drin ist es auch schön du bist auch nur ne pushy bist du oh du musst los geh mal hier rum geh mal hier rum geh mal hier rum ja ich bin doch schon dran ja hallo bei ok knie nieder dankeschön das sieht ja schon ekelhaft aus können wir mal eine runde decken stein kann raus hast du danke nein habe ich nicht gott sei dank was hätten wir denn ja hallo mikro hallo ja das hört sich sehr gut an dann ja könnte schlimmer sein so da haben wir es wieder ähm 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 hast du federn nein ich hätte einen tanzenzapfen äh lippstadt vielen dank fürs reinschauen ich wünsche dir eine angenehme restwoche wir sehen uns sagen wahrscheinlich dann morgen abend wieder oder am donnerstag vielen dank für deinen sap im zehnten monat weiß ich wirklich zu schätzen und dann freue ich mich aufs nächste mal ähm ähm was wolltest du tanzenzapfen habe ich nicht ja ok hast du augen augen habe ich ja zwei stück guck sie ja ok das war eine ja ja dann hätte ich troll leder nein nein harz harz habe ich 11 ich habe drei suratlingkerne ich habe 6 suratlingkerne dann habe ich jetzt die bernsteinperlen bernstein perl ok knochen habe ich nicht aber ich habe in meinem inventar immer ein so blödes er ist doch hier löwenzahn drin was soll ich damit nehme es selber scheiße ist man schmeißt und drücke alter ich kriege hier liegt ja auch noch leder und alles warte bleibt stehen du kriegst noch leder hier ich leder dir ein stelle ich mich erst mal hierhin wieder gezogen so raus damit hast du es nur mit gestörten zu tun der war nicht witzig das schöne er kann auch unter wasser essen das ist so herrlich du fühlt sich nicht länger aus hier ruht ok wo war der sumpf jetzt weiß ich noch nicht wollte ich ja suchen gehen ich wollte jetzt diesen grau zwerg da erschießen da bist du das werft irgendwann werft irgendetwas aber werfen es muss wehtun da rennt ihr einfach schon weg wie solchen dahinter herkommen ich guck mir nur nur die küste an ja ich folge dir irgendwie alter ja ist das schön ich bin auch überlegen ob uns hier eine zweite links aufbauen dann wäre vielleicht sinnvoller so eine zweite base dann so eine komplette weiß also mit schmelzen und alles weil wir haben ja jetzt genug kerne oder sind blaue bären da sind blaue bären ich stehe hier vom stein seige waren vor den grauzwergen die versteckten ja kennen wir doch schon kennen ich habe ein schiff gefunden du hast ein schiff gefunden ein kaputtes da ist der stein die gerade vorgelesen 22 rubine waren drin und ich habe ein nest gefunden ok was haben wir hier das sieht doch aus wie eine ist es nicht okay schade habe ich es getroffen dann geht mir das ding aber heute auf den sack tut doch weh will ja auch wie du hörst hier ist komische geräusche ah jetzt geht es wieder besser ja ich muss mir doch mal neues holen irgendwann da unten ist ein schiff war ein schiff jetzt soll ich mich aber richtig ärgern hier so schiff waren zwei rubine drin der händler der freut sich oder ums nest ja da bin ich ja dran da kommt schwimmen wir rüber hier um ein dezent guten tag sagen wir sind ja höfliche nachbarn die dummer da mache ich auch du bist so da fällt mir gar nichts mehr ein da fällt mir gar nichts mehr ein ich habe so ein kern bekommen ja schön ist ja nicht so dass man von denen keine mehr haben karottensamen haben wir auch hier sehr schön lala 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 das ding heute ich kann nicht beruhigen wir sind drüber ja das ist ja schön bis zum nächsten mal das ding ding ding